Das erste Mal Adidas und dann auch noch für jemanden, den ihr alle kennt. Am Ende des Videos seht ihr für wen. Den Held meiner Jugend. Hattet ihr Helden der Jugend? Wolltet irgendeine Person mal treffen? Ich glaube, wir alle hatten so irgendjemand. Bei mir unter anderem auch noch typisch Andy, aber äh ja. Große Herausforderung bei diesem Projekt war es, mal wieder den genauen Farbton herauszukriegen. Dieser Adidas-Schuh hat so kleine Flächen. Das, was ihr im Hintergrund seht, sind circa drei Zentimeter. Obwohl drei Zentimeter eigentlich schon groß ist, sagt er ehrlich. Und ich wusste, ich muss den Schuh übergeben, während viele Kameras dabei sind und die Öffentlichkeit. Und stell dir vor, dieser Person gefällt der Schuh da nicht. Wie stehe ich dann da? Das Ganze fand im Rahmen einer Kooperation mit dem Glücksgefühle-Festival statt. Es wurden keine Vorgaben gegeben. Es wurde nur gesagt, mach Schuhe für Lukas Podolski. Digga, so eine Ehre für Lukas Podolski Schuhe zu machen. Ich habe ihm die Schuhe auch in Düsseldorf übergeben. Mia, Julia, Marc, Egger, gefühlt die ganze Influencer-Szene war dabei. Ihm haben die Schuhe gefallen, mein Glück. Wie findet ihr sie? Schaut gerne mal irgendeinen Kommentar rein. Für diese ist deine Prime. Hadegedeckos. Ciao.